Sie sehen, das Thema, was ich hier angeworfen habe, ist Selbstverwaltidentitäten. Falls Sie irgendwie aus dem Bereich kommen, kennen Sie es vielleicht auch unter den Begriffen Self-Sovereign Identity, Self-Managed Identity. Bevor ich bei den Selbstverwaltidentitäten ankomme, würde ich aber erstmal kurz im Bereich sichere digitale Identitäten anfangen. Also warum wir uns eigentlich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und wir hatten gerade schon von Thomas die gute Motivation mit den über 100 oder über 200 Usernames und Passwörtern. Ich tippe, jeder hat so grob über 200 Accounts. Die Passwörter sind wahrscheinlich eher so im zweistelligen Bereich, aber so ist es leider. Und wenn wir uns das allerdings angucken, müssen wir schon sagen, es gibt noch die andere Motivation. Und zwar, wenn wir sagen, wir haben die Digitalisierung, wo wir ganz stark darauf setzen, dass viele Devices miteinander verbunden werden, Menschen mit Devices, wir haben jetzt auch gerade eben in dem Vortrag gehabt, Teammitglieder, die zusammenarbeiten und so weiter, merken wir immer, es gibt ja doch irgendwie so diese zwei Grundprobleme. Das eine ist, wie kriegen wir eigentlich hin, dass die untereinander alle miteinander interagieren können. Das sind so Konnektivitätsthemen. Da wissen wir dann, gibt es irgendwie Ansätze wie 5G oder sowas. Wie kriegen wir eigentlich alle zusammen? Und die andere Problemdimension ist aber natürlich, wie können wir dann eigentlich sowas wie Vertrauen herstellen zwischen den einzelnen Entitäten, zwischen den Menschen, zwischen den Devices und so weiter. Und was wir da immer wieder merken ist, es gibt eben doch dieses Konzept der digitalen Identität, damit ich irgendwie überprüfen kann, mit wem rede ich dann eigentlich gerade? Welche Eigenschaften hat diese andere Entität? Ist das mein Auto? Ist das das Fahrzeug von jemand anderem? Rede ich gerade mit meinem Steuerberater oder und so weiter? Und die Ausgangssituation im ganzen Bereich sichere digitale Identitäten ist, glaube ich, immer so ein bisschen diese hier. Das ist, glaube ich, das, was ganz häufig zuerst angeschaut wird. Also ich habe irgendwie ein Know-Your-Customer-Problem. Und ich will Know-Your-Customer machen, ich will das für Personen machen. Und erfahrungsgemäß sind das erstmal so ein bisschen nationale Lösungen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Und wenn wir uns das allerdings anschauen, dann merken wir eigentlich, wollen wir doch gar nicht nationale Lösungen machen, sondern müssen doch in den europäischen digitalen Binnenmarkt reingehen. Und wenn wir uns das allerdings angucken, dann kommen wir ganz schnell zu so Problemen, dass wir deutlich, deutlich mehr User eigentlich haben oder Kunden haben, als wir vorher haben. Und der nächste Schritt ist, ich habe es ja schon angeteasert, irgendwie mit Fahrzeugen oder dergleichen. Es geht in Zukunft garantiert nicht mehr nur noch um die Identitäten von Menschen, sondern auch noch um die von Institutionen, von Dingen und so weiter. Noch ein kleines Stück weiter gesponnen merken wir, dass auch Know-Your-Customer echt nur so die Spitze des Eisbergs ist. Das heißt, wir wollen natürlich auch in ganz andere Bereiche rein. Ich habe meinen Smart Meter zu Hause, ich will im Bereich Mobility rein, wissen, Gesundheitsdaten ist eine große Sache. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich irgendwie von einem Land ins andere umziehe? Was passiert mit meinen ganzen Gesundheitsdaten und so weiter? Wenn wir uns das anschauen, dann merken wir, wir brauchen ein großes europäisches Gesamtkonzept, was das irgendwie alles abdeckt. Wie auch immer wir das genau gestalten sollen, ist ja eine super schwierige Sache. Also das heißt, wir wollen Personen, Menschen, Dinge, Institutionen, wir wollen unterschiedliche Prozesse abdecken können, das Ganze international, wir wollen Vertrauenswürdigkeit, wir brauchen natürlich irgendwie auch Compliance zu allen, zu den ganzen rechtlichen Vorgaben und so weiter. Wir haben dann vor ein paar Jahren mal damit angefangen, dass wir gesagt haben, es gibt so einen ganz, es gibt so einen ganz damals freshen Ansatz aus Frankreich, ja, die gesagt haben, naja, ich könnte doch eigentlich, anstatt, dass ich diese 200 Usernames habe, könnte ich doch eigentlich eine App irgendwie haben auf dem Smartphone und mit der müsste ich das doch eigentlich alles machen können. Und das kam damals so, dass das Thema selbst soweit die Identitäten kamen auf, wir haben dort so eine Studie gemacht und dann gesagt, okay, das klingt spannend, das klingt vernünftig. Jetzt können wir das natürlich nicht nur irgendwie einmal angucken, sondern irgendwie ein bisschen mehr mitmachen und haben dann irgendwie Kooperationen aufgebaut, zum Beispiel mit der Dutch Blockchain Coalition, weiterhin in Frankreich mit Partnern und eben auch, und dazu werde ich später noch ein bisschen was sagen, den Computergesellschaften oder Informatikgesellschaften in Österreich und der Schweiz. Bevor ich genau sage, ja, wie kommen wir zu den selbstverwaltenden digitalen Identitäten, habe ich noch eine Sache zwischengeschoben, weil es ist so ein Impuls hier, aber trotzdem vielleicht ein klein bisschen Definition, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir über digitale Identität reden und da gibt es halt dummerweise eine ganze Menge verschiedene Definitionen und wir haben uns jetzt hier vorher im Vorhinein so ein bisschen verständigt und uns gesagt, wir probieren es mal mit dieser hier, das ist auch eine fundierte Definition und haben gesagt, was ist eigentlich so eine digitale Identität? Naja, ich habe eine Entität erstmal, das ist sowas wie Menschen, Dingen und so weiter und das hat irgendwie Merkmale und wenn ich mir jetzt eine Menge dieser Merkmale nehme und die digitalisiere, ja, dann habe ich erstmal so etwas wie eine digitale Identität. Das heißt manchmal auch partielle Identität oder sowas, aber wir nennen es jetzt hier mal digitale Identität. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie, was ziemlich präzises, sowas wie ein Name zusammen mit einem Geburtsdatum. Das kann aber auch was viel, viel Abstrakteres sein. Zum Beispiel kann es einfach nur sein, die Information, dass ich mich mit einer Person unterhalte, die volljährig ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir häufig aber auch von sogenannten Identifiern reden und das ist immer dann, wenn wir im Prinzip sagen wollen, wir wollen irgendeine Form von, häufig sind es einfach Zeichenketten haben, die im Prinzip auf eine bestimmte Entität so rauf zeigen, ja. Es kann nicht jeder genau diesen Weg nachvollziehen, aber wir wissen dann an der Stelle immer, es gibt so eine eindeutige Identifikation in irgendeiner Gruppe, in irgendeinem Scope und das könnte dann zum Beispiel eben sowas sein, wie eine Passnummer zum Beispiel, ja, oder eine E-Mail-Adresse oder eine interne User-ID. Das heißt, wir haben irgendwie einen Scope und in diesem Scope ist es so, dass ich jetzt eine bestimmte Entität mit nur genau einem, sorry, zu jedem Identifier gibt es dann in diesem Scope nur eine ganz bestimmte Entität. So viel ein bisschen zu den Grundbegriffen und wenn wir uns angucken, wie wird das jetzt aktuell zur Zeit umgesetzt, wenn ein Service gerade Daten von einem Subject braucht. Das ist so der typischste Vorgang, den wir ihn kennen, das, wo wir auch irgendwann mal diese blöden 200 Accounts erstellt haben. Ich habe versucht, einen Webservice zu nutzen und dieser Webservice wollte von mir Daten haben. Mein Name, meine E-Mail-Adresse erfasst mir jetzt noch eine Adresse und noch ein Geburtsdatum aus vielen guten Gründen. Und wenn wir uns das anschauen, wie ist das bisher vor allem umgesetzt? Na, ganz früher war es so, dass wir direkt mit dem Service geredet haben. Davon haben wir uns allerdings vor ein paar Jahren schon verabschiedet und haben uns dann entschieden, es ist ja viel komfortabler, wenn wir da was zwischenschalten. Ich sage mal zum Beispiel sowas wie ein Google zwischenschalten oder sowas wie ein Facebook oder eben auch sowas wie ein VeryMe in Deutschland oder ein Yes oder ein NetID und so weiter. Das heißt, wir schalten irgendwie zwischen Subject und dem Service einen sogenannten Manager dazwischen, der sozusagen meine Identität für mich managt. Und an dem hängt natürlich, weil man am Ende ja doch immer noch Vertrauen in die Daten haben muss, die da tatsächlich übertragen werden, hängen da noch sogenannte Issuer dran. Das sind diejenigen, die im Prinzip so eine digitale Identität überhaupt erst ausstellen können. Das heißt, was wir hier sehen ist, wir haben die Person oder also wir haben das Subject, wir haben den Service, wir haben irgendwie einen Manager in der Mitte und der ist eben einerseits ein Bindeglied, der ist andererseits allerdings auch eine zentrale, vertrauenswürdige Instanz. So. Die Wahrheit ist allerdings leider, dass es nicht mal so einfach aussieht, sondern in Wirklichkeit sieht es ja eher so aus. Denn am Ende kommen wir ja doch nicht mit jedem Manager auf jeden Service. Das heißt, wir haben ein riesiges Ökosystem. Wir haben jetzt nicht mehr 200 Usernames, wir haben vielleicht nur noch 20. Aber wir sind am Ende immer noch komplett von diesen zentralen Vertrauensinstanzen abhängig. Was ist jetzt die Idee von Selbstverwaltendentitäten? Naja, warum schaffen wir denn nicht eigentlich diese Zwischenebene ab? Das heißt, wir sagen, okay, es gibt einfach das Subject und das Subject redet einfach wieder direkt mit den Services. Das heißt, an sich ist es erstmal ein Weg zurück. Aber es wäre doch viel schöner, wenn ich einfach auf meinem Handy erzeuge ich mir so eine Kernidentität. Aus dieser Kernidentität kann ich mir dann für jede Interaktion mit Services ganz einfach eine neue Identität anlegen. Das wird alles da drin verwaltet. Es werden genau die Daten übertragen, bei denen ich zustimme, dass sie übertragen werden. Ich habe eine gewisse Transparenz, welche Daten tatsächlich übertragen werden und kann das auch relativ gut wieder zurückziehen. Wenn wir das ein bisschen schematischer angucken, dann sieht es jetzt nämlich plötzlich so aus. Wir haben jetzt plötzlich so ein V anstatt so einer Kette irgendwie. Und zwar, wir reden jetzt direkt mit dem Service. Aber die Frage ist natürlich, wie kriegen wir denn da jetzt Vertrauen rein? Wie kann ich denn jetzt einem Service gegenüber irgendwie glaubhaft machen, dass ich es bin, der hier gerade seine Daten rausgibt? Und das funktioniert jetzt dadurch, dass wir natürlich weiterhin Vertrauensinstanzen haben. Die stehen nun nicht mehr im Mittelpunkt. Das heißt, diese Issue, diese Vertrauensinstanzen sind weiterhin da. Wenn man sich das anguckt, haben wir einerseits, das Subject verwaltet die eigene Identität selbst. Das heißt, dieser Manager ist weggefallen oder nach unten gerutscht. Und was wir jetzt tun ist, dass wir die Erzeugung von solchen digitalen Identitäten oder eben auch zum Beispiel wieder den Entzug dieser halt entkoppeln von der tatsächlichen Nutzung. Und das bedeutet jetzt, wir haben immer noch eine Vertrauensinstanz, die ist aber irgendwie plötzlich so ein bisschen dezentraler. Die ist nicht mehr in der Mitte in jedem Prozess. Jetzt können wir uns natürlich fragen, okay, sieht typisch aus, wie können wir das eigentlich technisch umsetzen? Das ist jetzt eine sehr, sehr abstrakte Sicht auf die Dinge, aber wir haben so ein bisschen die Grundbausteine identifiziert. Das eine, was man für Selbstverwaltidentitäten immer braucht, ist, naja, irgendwie sowas wie eine Brieftasche auf dem Handy, weil irgendwie muss ja sozusagen die Person ihre Identität auch tatsächlich verwalten können. Wenn das so einfach wäre, dann bräuchten wir diese Manager gar nicht. Auf der anderen Seite müssen wir aber irgendwie davon ausgehen können, dass, also müssen wir irgendwie eine Infrastruktur schaffen, sodass der Service den Daten auch vertrauen kann, die es bekommt. Und das bedeutet, die Issuer, die ja jetzt plötzlich in diesem Bild in so einem B2C-Problem drinstecken, da muss man jetzt irgendwie so ein Vertrauensnetz aufbauen. Das heißt, man wird irgendwie so ein Netzwerk brauchen, wo im Prinzip drinsteht, dieser Service vertraut diesem Issuer, dieser Issuer vertraut vielleicht einem anderen Issuer, dieser Service diesem Service und so weiter. Und damit können wir vielleicht eine Infrastruktur schaffen, sodass auch ein neuer Store zum Beispiel sagen kann, aha, okay, ich vertraue einfach allen Issuern, denen Amazon vertraut, wird schon passen. So. Das ist allerdings auch nur ein Teil, denn was jetzt auch noch fehlt, ist immer, dass wir, selbst wenn wir so eine Identität mal ausstellen als Issuer, dann hat die vielleicht eine begrenzte Gültigkeit. Ja, wir nehmen mal nur an, wir wollten ein Auto mieten, dafür brauchen Sie ja irgendwie mal sowas wie eine Bestätigung, dass Sie einen Führerschein haben. Und was passiert denn jetzt eigentlich, wenn Sie den Führerschein verlieren? Wenn Sie weiterhin so ein Zettel, also wenn Sie ein digitales Token in der Hand haben, wo draufsteht, ich habe einen gültigen Führerschein. Naja, dann geht das ja nicht automatisch davon weg, dass Ihnen jemand den Führerschein wegnimmt. Das heißt, was wir auch weiterhin brauchen, ist natürlich dieser Entzug. Und das heißt, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass wir sowas wie ein digitales Kassenbuch brauchen werden. Das ist oben diese Issuing and Revocation Ledger, in dem wir eben speichern, welcher Issuer hat wem im Prinzip wann welche Identität ausgeteilt und auf der anderen Seite eben auch, welcher Issuer zieht welche Identität wieder zurück. Um jetzt am Ende noch tatsächlich für Transparenz wieder zu sorgen zwischen dem Subject und dem Service, ist halt auch wieder eine schwierige Frage, wer merkt sich denn eigentlich, wann welche Daten zu welchen Konditionen übergeben wurden. Und was dort eben eine Idee ist, dass man sagt, ich führe so nochmal ein weiteres Kassenbuch ein, das hat eine ganz andere Aufgabe, das ist der Transaction Ledger hier. Warum speichern wir denn nicht einfach jede Transaktion zwischen einem Service und einem Subject in so einem Kassenbuch ab? Das müssen wir natürlich so machen, dass man, wenn man auf diesen Ledger rauf guckt, keine Informationen ableiten kann, weder über den Service, weil kein Service möchte, dass jemand sehen kann, wie viele Kunden sie haben, noch über das Subject, weil niemanden außer mich selbst sollte es interessieren, wo ich eigentlich einkaufe, wo ich meine Versicherung abschließe, welche Krankheiten ich habe und so weiter. Das sind so ganz grob die Bausteine, die man braucht. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, gibt es da nur eine Variante? Und am Ende nein. Am Ende wird es von jedem dieser Bausteine hier ganz viele unterschiedliche geben und sie müssen sich am Ende vermutlich vor allem auf Interoperabilität einigen. Sie werden sich auf Standards einigen müssen und so weiter und dann wird sich irgendwie was rauskristallisieren. Es gibt auch jetzt schon mehrere solche Wallet-Anbieter. Was wir dort beobachten können ist, dass die ziemlich stark darauf aus sind, für Interoperabilität untereinander zu sorgen. Also die setzen sich zusammen, die versuchen gerade ein Ökosystem zu schaffen, wo sie am Ende sagen, möge das beste Wallet gewinnen. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die wir da beobachten können, dass sie halt einfach sagen, wir sind auf Interoperabilität aus. Trotzdem ist es natürlich so, um das alles hinzubekommen, muss man die Leute zusammen an den Tisch bekommen. Und was wir uns deswegen überlegt haben ist, naja, das sollten wir nicht alleine machen. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir brauchen ein europäisches Gesamtkonzept. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man jetzt die Leute, wie holt man die zusammen? Und da haben wir halt überlegt, naja, in den Informatikgesellschaften, da sind ja eigentlich alle wichtigen Vertreter irgendwie dabei. Also die Informatikgesellschaften haben ein großes Netzwerk, die haben viele Vertreter drin, die wissen, wie man die richtigen Leute zusammen an den Tisch bekommt. Und da ist dann die Idee gewesen, naja, warum machen wir das nur in Deutschland? Wir können das doch auch irgendwie ein bisschen weiter ausweiten. Und deswegen war die Überlegung, dass wir sagen, wir machen das jetzt dachweit. Einfach als einen ersten Schritt. Am Ende wollen wir natürlich irgendwann europaweit sein, aber der erste gute Schritt ist, das Ganze dachweit zu machen. Und um auf diese Art und Weise dann im Prinzip Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, alle untereinander zu vernetzen, haben wir überlegt, so eine Vernetzungsplattform zu erstellen. Ja, wir sind dort noch in der sehr frühen Phase. Wir sind gerade noch so in der Findung, was genau wir da haben wollen und so weiter. Aber ich freue mich einfach, dass ich das hier schon mal verkünden darf, dass wir da im Prinzip von allen drei Informatikgesellschaften auch so ein erstes Go haben, ja, dass wir da an der Stelle zusammenarbeiten wollen. Genau. Und damit möchte ich jetzt auch erstmal enden. Und wenn Sie eine kurze Frage haben, dann jetzt. Ansonsten machen wir nämlich im nächsten Vortrag weiter. Danke. Applaus 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 Vielen Dank.